Unterkontrolle Ja, und da sollten wir auch alsbald damit anfangen, Lagerhäuser auszubauen. Gebt acht, einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Glückwunsch, eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Eigentlich interessiert mich das gerade eher. Also ja, das könnte sie theoretisch haben, wenn sie es wollte. Ich habe ein paar positive Begriffe dabei. where are Sie jetzt auf der Lege die Lege der Lege der Lege ausgegesetzt? Ich bin ja, ich bin ja der Lege der Lege aufges arrive. Glatis auf den Lege einer Brüder und die Lege aufgesinst! Ich verbreite mich den Lege zu nutzen! Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. Außer das Fleischdach kommt schnell. Äh, das Brot. Nö, kommt nicht mehr schnell genug. Egal. Das ist mir egal. Die kann er ruhig haben. Exzellent. Er hat eine neue Technologie erforscht. Er hat eine neue Technologie erforscht. Er hat eine neue Technologie erforscht. Der Sticker. Oh nein. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. Baut Akonien eigentlich seine Katzenkirche aus? Bis jetzt nicht. Darauf sollten wir auch Acht geben. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Befestigungsausbau beendet. So, jetzt brauche ich nur noch die Geistlichen. Die Bücher sind ja schon fast alle da. Und das Bier eigentlich auch. Es fehlt nur noch die Nahrung. Geht Acht. Einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Einer eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. So, mach bitte so. Äh, die Forschung. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. Gut, schneiden wir Rovin hier rüber ab. Äh, nicht Rovin, Rakorian ist das hier. Also starke Mauern zu haben, wäre eigentlich auch keine schlechte Idee. Hier in der Homebase auch mal die Mauern ausbauen. Sicher ist sicher. Das sieht cool aus. Der Turm da auf dem Putt ist. Das sieht cool aus. Vielleicht wieder 4 und 2. Jetzt warten wir erst mal auf die Nahen. Nein, auf das Buch. Kommt bessere Verpflegung. Wir brauchen mehr Bücher. Ja, 4-2 für die Hygiene wäre jetzt noch wichtig. Oder 4-2 für den Pakt mit dem Teufel. Das war einer zu viel. Sehr schön. Das heißt, Fischerei ist jetzt gesichert. Ja, eigentlich müsste jetzt auch wirklich das Brot ordentlich kommen. Weil wir ja die Akkordarbeit und alles haben. Oh nein, euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. So, dich mal wieder auf immer. Das reicht ein. Geologe. Geologe, so. So, was wollte ich mit denen? Ach ja, hier drüben. Packt mit dem Teufel als nächstes. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung... ...und dann die Hygiene. 4-2 mehr, dass wir den Baukran noch erforschen können. Mit dem Maschinenbau. Den würde ich sogar jetzt als erstes nehmen, vor der Hygiene. Werden die hier schon mal die Burke ausbauen. Und wir können ja das hier langsam mal wieder tauschen. Oh, Kondradin und Tarkorian liefern sich heiße Gefechte. Befestigungsausbau beendet. Oh nein, euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. Und ja, ich bräuchte was, wo es noch Gold gibt. Hier gibt's kein Gold, aber hier gibt's Gold. Auch wenn da Kondradin da mitten dazwischen steht... Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. So, hast du jetzt den? Oh, Robin bewegt ihre Armee auch langsam. So, und ich denke, da kann ich das wieder auf einfache Verpflegung hier stellen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Bei der Hochmut und Stolz besiegeln nur euren Pfeil. Verlass die Heimat unserer Väter sagen, ihr könnt. Hm. Gebäudeausbau fertiggestellt. Ne, wer dann errichte ich dann hier unten. Die Metzgereien. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. So, und die Forschung noch. Eine neue Technologie wurde von euren geistlichen Vergräuern. So, das heißt, wir können den Bergzeugschreiner abreißen. Der wird nämlich nicht mehr gebraucht. Gebäudeausbau fertiggestellt. So, dann hier die Befestigung weiter ausbauen, weil wir werden zurückgedrängt langsam. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Aber sollen sie ruhig. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrollen gebracht. So, ich würde aber sagen... Euer Gebäude wurde ausgebaut. Wir speichern hier mal. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann sehen wir uns gleich wieder.